Arrrr, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Flash, diesmal mit dem Spiel Piraten besiegen, eigentlich Rough Wars, aber oben im Rowser steht Piraten besiegen Finde ich auch irgendwie ein bisschen hübscher Ich meine in den letzten Parts gab es ja auch eher lächerliche Spiele Das hier ist dann doch wieder ein bisschen besser Also gerade eben schon ein bisschen gespielt, klar So innovativ ist es jetzt nicht, aber es macht schon Spaß Hier die Story, die skippen wir jetzt einfach mal Oh Gott, ein kleines Kind auf einer einsamen Insel Egal, skip Hier sind die Piraten auf der rechten Seite Und links ist mein Boot oder meine Boote Moment Da, ich bin Superman Ja, hier wird es eben erklärt Ja, ist okay, ist okay So, das war die Erklärung Also praktisch wie bei Worms, könnte man sagen Hier mit dem Radius eben Äh, je nachdem wie stark man das, äh, abfeuern will Dann in hier die Höhe Oder in die Tiefe Und ich glaube, so ist ganz gut Ah, fuck, ein bisschen mehr Allerdings ist es auch gar nicht so schwer Weil man, äh, die Position nicht verändert bekommt Also sogar wenn die einen treffen Geht man wieder dahin, wo man eigentlich steht Also eben ich Auf, auf, auf der, der Ente da zum Beispiel Und somit kann ich die Maus die ganze Zeit An seinem Ort lassen Und immer wieder jede Runde gucken Okay, gerade war ein bisschen zu viel Jetzt brauche ich ein bisschen weniger Und je nachdem Dann eben entscheiden Ja Oh yeah Oh, der eine ist Der eine ist schon tot Das habe ich gerade nicht hinbekommen Gerade habe ich den rechten komplett vernichtet Und, äh, runtergefallen ist er auch nicht Ich glaube Verdammt Zu viel Nein Oh Gott Er kommt immer näher Nein, nein, nein Fuck Okay Gleich habe ich es Wahrscheinlich dann über Bande Oh shit, nein Oh, einer ist tot Oh oh, oh oh Ja Headshot So, er ist noch nicht tot Ich musste den gerade echt Dreimal treffen Bevor es endlich zu Ende ging Nein Nein, nein, nein Oh Gott sei Dank Boom, Headshot Hä War doch genauso stark wie eben Nein, 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 nein Oh Das war knapp Oh, vier zu wenig Shit Die Musik finde ich ehrlich gesagt Ein bisschen unpassend Irgendwie ist das Weiß ich, passt nicht ganz Äh Hui Oh, vier zu vier, oder? Ja Nein Nein Plumps Zack Zu wenig Ich verstehe es nicht Nein Irgendwie switcht er immer die Waffe Oder die, die Kanone Die, die, nicht die Kanone Mal die Munition So Machst du jetzt mal ein bisschen flacher So Vielleicht Ja Überbande Ja, fast Überbande Yeah Ich gewonnen Battle 1 Mousekrieg to continue Das war's Ah ne, warte Ich kann noch Äh Wie viel Achso, hier ist das nächste Level Ich hab 500 Credits Und Ich denke mal Ich nehm das Keine Ahnung Was das Äh Bringt Aber ich Hab's jetzt einfach mal gekauft Level 2 Okay Gegen die Wikinger Dann auch noch gegen 3 Also schon kritisch Das könnte Schwer werden Hui Bam Bam Oh yeah Und ich glaube Wenn ich hier zum Beispiel Den rechten treffe Und Der Ball von Bei dem dann abprallt Und zurück zu dem anderen geht Dann könnte es sein Dass der sogar noch mit runtergekickt wird Könnte sein Naja, egal Hauptsache ich treff Nein Oh shit Zack Bam Und Ja Genauso Genauso hab ich's gerade erklärt Oh, das war schon Oh cool Credits 2000 fast Oh shit Äh Ja Na komm Done Oh Gott Was hat denn für ein Boot Oh, was haben die denn für Boote Und vor allen Dingen Was haben die für Waffen So Okay Ich hab jetzt auch andere Waffen Interessant Ja Boah Direkt einen weggefeuert Und der andere ist glaube ich auch Ja, okay Hab jetzt nicht so viel Schaden gemacht Aber macht schon echt Spaß Wurde auch 12 Millionen mal gespielt War so nebenbei Nein Ach, dafür sind die Tiere Die blocken das Ganze auch noch ein bisschen ab Okay Äh Wir wollen mal so eine Grenade I touch a grenade Oh Feuer Nein, 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 nein Wow Danke, hi Danke Oh shit Okay, ein bisschen mehr noch Nein Nein Oh no Ich glaube ich schaff das nicht Ja Yeah So, der hinten hat Hat es jetzt vermutlich noch schwerer Alter, nein Boah Passt doch mal ein bisschen auf, bitte Oh, viel zu viel Viel zu viel Nein, 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 nein Ach, Gott sei Dank Yay Ja, immer noch ein bisschen zu viel Bisschen weniger Und Oh Gott Nein Ja Nein, 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 nein Verdammt Oh 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 Oh, nein Nein Oh nein Er hat gewonnen Scheiße, Mann Ich hätte echt Ach, die sind Die sind dann auch noch weg Wenn ich sie einmal verwendet habe Ja, toll Okay, super Hätten wir doch lieber das Schiff reparieren Nicht reparieren Erweitern müssen Das wäre sehr sinnvoll gewesen Das wäre sehr sinnvoll gewesen Aber egal Schaffen wir bestimmt auch so Yay Nein Sieht schon echt cool aus Nein Zuck Wieder zu wenig Aber so minimal Nein Und boom Mad shot Komm, komm Ja Bad boys Nice 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 Nein, nein, nein Nein What the fuck Das war jetzt immer ein bisschen unfair Und ich bekomme noch nicht mal Geld Okay, ein Versuch noch Hoffentlich schaffen wir es jetzt Also ich denke, es ist eher schlau Direkt auf die Beinen Typen vorne zu gehen Ach, viel zu wenig Okay, so viel auch nicht Komm, treff mich da direkt Töbe mich da direkt Ist okay Bam Nein Jetzt aber Ja Headshot Nein Ja Zwar ein Headshot Aber Scheiße, Mann Dammit Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Boah Ach, du Kacke War das knapp Nein, zu viel Nein Nur noch ein bisschen Nur noch ein bisschen Komm Ja Einer ist tot Sauber Und der bekommt Schaden Noch einmal treffen Und ich hab's geschafft Oh, oh Ah Nice try Zack Ja Sorry Yeah Superman Hat's geschafft Genau Sagen wir einfach Das hier ist die Jugend Von Rollstuhlmann Wird ja zusammenpassen Also wenn er die Story Von Rollstuhlmann kennt Dann macht das Sinn Ach Mit nem Hund Was bringt Okay, das will ich eben noch wissen Mausklick To begin Oh Ein kleines Kind Mit ner Waffe Ha Unsere Nachbarn Yay Bäm Bringt mir da Kleine Kind Vermöbelt Oh oh Nein Toll Vor allen Dingen Was bringt mir das überhaupt Ja okay Der Typ kann auch dann ballern Wenn der andere tot ist Aber Der Hund Was macht der denn Hat der auch ne Waffe Bezweifel dat Yay Nein Shit Ach Da umsteht sogar Äh Kategorie Spiele Dann Action Duell Worms Okay Nein Schon wieder Abgeblockt Nein Scheiß Nur wenn Oh shit Wen im verfickten Hai Stand da gerade Hit me baby One more time Ja Immer schön Gegen den Baum Geklatscht Du Bastard Nein Bäm Die Mütze Vom Kopf gehauen Oh nein Mein Kleiner Ja fuck Ich werde den nie treffen Zumal Ein Schuss Nein Scheiße Tod Ja Okay Leute Ein Schuss Set vermutlich Bei dem gereicht Wollte ich gerade sagen Nur um das nochmal Abzuschließen Okay Wir sehen uns beim nächsten part Wenn ihr mehr sehen wollt Besucht den kanal Ansonsten wäre es natürlich nett Wenn ihr eben noch eine bewertung Da lassen könntet Bevor ihr das video weg klickt Bis zum nächsten part Tschüss Lüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vikingsoundüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.